Es ist da, warte mal, äh, Richtung Norden, äh, was ist das? Das ist 350, da an dem Straßenrad, ist da was irgendwie rechts an dem, ja genau, da rechts, ja, was ist das? Ich glaube nicht, guck mal, Fritz, über dem Attackmark am Wald, ist das ne Puck? Ist das ein Bumsbus? Ich schieße mal drauf, ja. Na, was ist es denn? Ich weiß es nicht. Ich steige jetzt aus und gucke mit dem Fernglas. Ich kann es selbst mit dem Fernglas nicht hin. Da bewegt sich was, da bewegt sich was. Ja, es ist ein Bumsbus, da ist sogar einer rausgelatscht. Ich schieße jetzt ab. Zwei sind durch, lol. Ja. Zwei da links rein. In die Büsche. Ruf. Ist sogar ein Geschmack. Ich bin Aua gemacht. Settle, loading truck there to the local lab. Äh, halb zwölf ist Feinpanzer. Ja, schön. Ich glaube, wir stehen aber gut. Oh, ja. Oh, der schießt ja auf mich. Deber. Oh, scheiße, der Marker war ein bisschen dumm. Vielleicht kommt der Kug durch. Ich habe Schaden gemacht. Ich habe auch bei ihm. Scheiße. Ich habe ein One-Hit. Dritt! Ja, alles gut. Keine Ahnung, keine Sorge. Yo. Okay, guck mal hier rechts. Boah, ich bin voll der Geile, oder? Ja, aber kommt in Bahrain, das ist ein Schild, die hat das. Von hinten? Warte mal. Hä? Nee, der ist ein Lodschi. Ist der kaputt? Ja, ja. Da, jo? Ist der kaputt, oder nicht? Ja, ja. Kannst du? Ich glaube wohl, ja. Ist der, hat der nicht diese Streben oben nicht, wenn der nicht kaputt ist? Oder wenn der kaputt ist, oder? Oder ist der nicht kaputt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der ist kaputt. Start mal ab hier. Sonser. Zwei Uhr. Oh ja, da sind viele gespawnt. MSB. Links vom Marker. Guck mal, wie viele da sind. Hau sie weg. LG LED. Das MSB ist hinterm Flieger. Da ist noch einmal rechts. Bist du HE drinne? Nee. Jetzt nehmen wir wieder HE rein. Haben die Haufen Infanterie. Auf das noch ein Rallye haben sie gesetzt. Die Rallye ist weg. Da kappelt die Kappeln auf welche rechts in dem. Geh wieder rein. Was sitzt hier noch? Oh, sitzen wir am Feld. Wir schießen mal auf das MSB mit der HE. Splash Damage. Splash Damage reicht ja. Den da oben, der ist jetzt unter dem Baum da, in dieser kleinen Bränke. Flieger. Voll, muss nachladen. Ja, voll weggefetzt. Da ist noch einmal. Null. Happy. Nein, Schaut. Loch gegraben, Alter. Ich lieg halt voll los. Bei uns hat man geschossen. Ja, ja, rechts wieder. Ich geh mal wieder raus. Hier kappelt nur einer. Zwei Stück. Gelaght. Ah, vor dem Fahrzeug. Ja, vor dem Bus. Ich beobachte den nicht, dass das AT ist. Rechts läuft noch einer. Aber nach uns. Genau. Ich stehe raus. Ich sehe aber nichts. Da hat er gerade hinter uns was geballert. Was ist der Punkt, wo es hin? Ich glaube, dass das AT war. Ich glaube, dass das AT war. Wut, 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 wut. Was ist denn da dran? Puh. Das war sicher. Da ist noch Infanterie. Da ist ein Firefly. Nördlich. 340, 350. Hinterm Flieger. Äh, ja. Da, ja, 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 ja. Und Infanterie ist da auch noch. Soll ich ihn kommen lassen oder schießen? Nee, schieß. Der hat euch schon gesehen. Da weißt er eh, dass wir hier sind. Und Infanterie will auch noch sein. Ich muss den Gmg jetzt klären. Ich sehe halt nicht genau, wo ich auf ihn schieße. Wie lange du ihn triffst. Ja, was bist du für einer? Was, Treffer? Hast du noch eine Chance, den zu treffen? Nee, jetzt ist er in einem Flieger. Jetzt ist es weg. Oh, zwei Sekunden wären es gewesen. Oh, zwei Sekunden wären es gewesen. Fahren wir mal vor. Vielleicht eröffnet sich uns noch eine Möglichkeit, den zu treffen. Hier rechts sage ich, äh... Oh, liegt da noch einer im Gebüsch? Nee, ist tot. Ich glaube, der Pio hat jedenfalls wie platt gemacht hier. Hat er gesmoked? Gott, da ist er. Ja. Kannst nicht entkommen, wenn... Das spielt schon immer so hässlich. Fünf Minuten. Puschen den jetzt. He, der ist ungekippt. Jawohl. Die fährt einen Stackhaut. Das war der Stackhaut. Was hab ich da kaputt gemacht? Den Firefly. Da ist der Stackhaut. Ja, ich lade noch. Stopp, 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 stopp. Und rechts ist ein MSP. Da ist ein MSP coming through your car. Sehr schön. Yoi, yoi, yoi. Und hinter uns ist ein MSP. Tierrock. Ja, kommt genau auf uns zu. Boah. Jetzt erfetzt. Boah, das Gemetzel hier. Guck mal hier rechts, ob du da was siehst. Yo, da alle, rechts, 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 rechts von Mark. Zwei Uhr. Dreh mal einen, bitte. Buch MG. Boi. Jeep. Mach mal den weg, da. Wusch. Hab ich den Jeep getroffen? Ich glaub wohl. Da brennt auf jeden Fall was. Nein, ich bin voll der Geile. Ich würde kurz sagen, ruhig hier oben in die Büsche nochmal rein. Reden wir, die haben das MSP da. Weißt du, in der Scheune, wie die das ganz drauf machen? Da läuft auch einer. Ja, ja, die kommen da raus. Ich kann da nicht einschießen. MG LED. Hinter uns, oder? Fliege. Dreh mal da hin, Fritz. Da liegt da einer, oder? Mach nur Screenshots, keine Sorge. MG LED. Der macht wirklich Screenshots. Right on the first one, on the wing, there's a vehicle at 1.30. Was? Eins, zwei. We see the tires. Sorry man, you have to speak German to us. Do you mean here's a MSP, maybe behind the bushes, or? Yeah, it's on the right. Under the wing, sir, on the... Eh, left side, eh... Links, links, links. Oh yes, yes, yes. Oh yes. Kannst du noch ein bisschen rechts eindrehen? Ja, der ist weg. Yes. Wow. Nice, komm. Ach, sind hier noch zwei Minuten. Oh, ist das ein Churchill? Das ist doch... Ja. Das ist kaputt, ne? Den haben wir schon weggenommen. Boah, ich hab gerade einen kleinen Strechgekrieg. Wahrscheinlich kennt das nicht mehr, ne? Bis dem Fahrer sitzt raus. Ja, ich kann das hier... Ich kann auch nicht richtig suchen. Da ist aber rechts Firefly! Ja, wir schirmen. Links. Entschuldigung, links. Hau ihn weg. Du hast getroffen, weiß? Klar hab ich getroffen. Ist das das erste Mal? Ich hab noch aus dem Watz gefahren. Ich glaub ich den Hörb schieben. Ich muss halt nur auf dem Schieß da. Kannst du auch nicht sehen. Ja, wo der ist. Mit dem Rauch. Schieß! Ja, das ist noch ein Treffer. Da ist er. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Und dann ist dort halt noch... ...nach irgendwo was gefahren. Guck mal, 12 Uhr in der Ferne. Steht da noch was? Links. Ja, genau. Was ist das? Das könnte der Firefly sein, wenn die die flippt haben. Der Firefly, der brennt. Der brennt, der brennt. Ja, guck mal, da ist noch. Da latscht einer hier, der Commander. Loll, wie ein kraft, der will nach einem Latsch. Das krallt halt noch irgendwas gefahren. Ganz weit hinten, aber ich weiß nicht was. Hier bestimmt. Ja, 24 Sekunden. GG. Ja, gut geschossen. Gut was weggenockt. Ich bin stolz auf dich. That was a good round, my fellow norwegian, black, african, friend. Königstiger, schieß! Der ist echt ein Königstiger, null. GG. GG. 14 Fahrzeuge, okay. Loll, Moaclet. Ui. Da wollten auch einer was für den Schuss aufgefahren.